Hallo, ich bin der Informatiker, der die Server von YouTube betreut. Ich bin wirklich neugierig, wie das alles funktioniert. Kein Problem, ich erkläre es dir gerne. Wir haben verschiedene Server, auf denen wir die Videos speichern. Wie wird sichergestellt, dass die Videos ohne Unterbrechungen abgespielt werden können? Dafür haben wir redundante Systeme und Backups, die automatisch einspringen, falls ein Server ausfällt. Das klingt kompliziert. Wie viele Server betreust du denn insgesamt? Wir haben mehrere tausend Server rund um die Welt, um sicherzustellen, dass die Videos schnell geladen werden können. Wie oft musst du denn die Server warten und updaten? Wir führen regelmäßige Wartungen und Updates durch, um die Performance und Sicherheit der Server zu gewährleisten. Und wie geht ihr mit Cyberangriffen um? Wir haben spezielle Sicherheitsmaßnahmen und Firewalls, um uns vor Angriffen zu schützen. Das klingt nach einem spannenden Job. Wie bist du denn dazu gekommen, die Server von YouTube zu betreuen? Ich habe Informatik studiert und mich auf Netzwerktechnologien spezialisiert. Durch meine Erfahrung wurde ich dann für diesen Job ausgewählt. Das klingt nach einer interessanten Karriere. Hast du denn auch mal Probleme mit den Servern? Natürlich, es gibt immer mal wieder technische Probleme, die behoben werden müssen. Das gehört einfach dazu. Wie lange arbeitest du denn schon für YouTube? Ich bin schon seit fünf Jahren Teil des Teams. Hast du denn auch mal die Chance, an neuen Features mitzuarbeiten? Ja, wir arbeiten regelmäßig an der Weiterentwicklung und Optimierung der Server-Technologien. Das klingt nach einer herausfordernden, aber auch spannenden Aufgabe. Vielen Dank, dass du mir alles erklärt hast. Kein Problem, Chris. Es hat mir Spaß gemacht, dir Einblicke in meine Arbeit zu geben. Wenn du noch Fragen hast, stehe ich dir gerne zur Verfügung. Du meinst genau zu wissen. Dann bekommst du mir alles auf die Erinnerung. Wir sehen uns auf Platz, dass du was hierher entfLESst. Und du gerne kennenzulierst, aber wir schauen. Jetzt bin gerade alles wunderschön. Soll das die Erinnerung. Also, was du mir festzuhゅren. Das war schief nicht. Daniel.